Ja, dann, ich weiß gar nicht, haben wir noch ein großes Thema? Ich würde gerne, vielleicht haben wir für die Sommerpause, ich weiß nicht, für die Länderspielpause, ich würde mich gerne mit euch nochmal über das Thema Twitter und FC St. Pauli unterhalten. Aber ich glaube, das sprengt den Rahmen heute. Das können wir nochmal extra machen. Das dauert zwei Minuten, raus aus Twitter, fertig ist. Naja, also Oke sagt ihr, war das Oke, der das gesagt hat? Nee, Patrick. Ja, genau. Dafür könnten wir doch mal zur Vollversammlung gehen und sagen, raus aus Twitter, ihr Scheine. Genau, das ist der eine Move, den man machen könnte sozusagen, um einmal im Jahr teilzunehmen an dieser Versammlung, zu sagen, so jetzt mal abstimmen. Aber man überlässt natürlich, wie war die Redewendung? Erik, hilf mir bitte. Man überlässt das den Rechten sozusagen, dieses soziale Medium, wenn man da tatsächlich sich zurückzieht. Oder was war die Aussage? Das war die Aussage. Und die, die natürlich ehrenwert ist oder aller ehrenwert ist, es wird in gut informierten Kreisen, wie man so schön sagt, wird vermutet, dass da auch monetäre und reichweiten Gründe mit reinspielen. Man hat einfach Sponsoren und Partnerdeals, die Social Media mit beinhalten. So wird geraunt. Und ich glaube aber tatsächlich, und vor allem glaube ich es Patrick, jetzt fangen wir doch an. Ich glaube, Patrick, der ist ja, der hat ja vorher feste Unterhose an, wenn es um das Thema twittern und bloggen geht und überhaupt gar keine Angst, sich mit der gesamten rechten Szene anzulegen. Das hat er mehr als einmal bewiesen. Und auch über zehn Jahre schon bewiesen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Er wäre auch genau der Richtige, das zu tun. Ich glaube nur, dass es ein grundsätzliches Problem gibt. Und das Problem ist, dass auf Twitter einfach keine Waffengleichheit herrscht. Diese Plattform gehört einem Proto-Faschisten, der Faschisten die Accounts nicht sperrt, der im Gegenteil die Reichweite von progressiven Kräften massiv, offenkundig massiv einschränkt. Und das bedeutet einfach, dass, wie ein Follower bei mir geschrieben hat, auf Mastodon, dass du versuchst, mit dem Strohhalm den Ozean auszutrinken. Das ist einfach, gegen die Bot-Armeen hast du da null Chancen. Ja, ich muss da unbedingt nochmal die Episode. Nora Hespers macht ja irgendwie für WDR Sport irgendwie Radio und Podcast-Produktion. Die hat gerade was zum Thema Bundesliga-Fußballvereine und Twitter gemacht. Ich habe noch nicht gehört. Sportschau war es auch richtig, genau. Ich gelesen nur. Sportschau aktuell. Ich weiß nicht genau, was sie da hat. Und das kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ich glaube, wenn man im Moment nah dran sein will, beim FC St. Pauli Social Media, muss man Instagram und Twitter haben, weil sie eben auf Twitter Dinge tun, die sie nirgendwo anders tun. Und das finde ich deshalb unanständig, weil man dadurch dann, wenn man dann gezwungen ist, auf Twitter zu sein und nah dran zu sein, dann ist man eben auch den Faschus ausgesetzt und kann sich nicht vor denen schützen. Und das finde ich unanständig. Das sollten wir nicht tun. Stattdessen könnte St. Pauli ja auch einfach sagen, hey, wir machen das, was wir bisher auf Twitter gemacht haben, jetzt auf Mastodon, kommt da hin. Es ist nicht schwer. Sie könnten eine eigene Instanz anbieten. Die könnten irgendwie sagen, hier im Norden.Social, wir nehmen euch, was weiß ich was. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was sie machen können strategisch, um die Leute von Twitter dann da hinzuholen, auf eine Instanz, wo die Betreiber der Instanz ganz klar sagen, Faschus-Instanzen werden geblockt. Da gibt es Listen, die kann man sich irgendwie teilen, welche Instanzen man blockieren soll und fertig ist die Kiste. Das klingt nach einem sehr guten Abbinder sozusagen. Ich glaube, wir müssten darüber keinen eigenen Podcast in der Lernerspielpause machen. Wir können in der Lernerspielpause gerne auch über andere Sachen sprechen, wie Kultur, Musik, was sonst noch so stattfindet, Frauenfußball, Amateurfußball und andere schöne Dinge, die das Leben hübsch machen, auch in so einer Stadt wie Hamburg. Und insofern ist das doch mal ein schöner Ausblick. Ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Restsonntagabend. Wir haben jetzt fast 22 Uhr. Der Podcast wird wie immer nur grob zusammengedengelt und vorne und hinten mit Willis tollen Jingles versehen. Und dann geht's ab. Das ganze Stadion. Das ganze Stadion. Tschüss. Das ganze Stadion. 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 Bis zum nächsten Mal.